Ich glaube, wir haben alle schon mal diesen Greenstick gesehen. Und deswegen diesen Teil. Alle mit der Saumpegel rauskommen sollen aus der Haut. Ich habe das auf dieser Seite schon mal oben. Hier nicht, damit wir es vergleichen können. Jetzt muss ich 10 Minuten warten. Okay, 10 Minuten sind um. Man sieht so gar nicht. Ich warte noch 5 Minuten und dann mache ich es ab. Oh mein Gott, Leute. 15 Minuten sind um. Schaut mal, was da alles rausgekommen ist. Eww, schaut euch das mal an. Ich habe mir genauso wie alle Chia-Samen ins Gesicht gemacht. Leute, da ist nichts rausgekommen. Auch nicht nach 10 Minuten. Auch nicht nach 15 Minuten. Und auch nicht nach 20 Minuten. Das Ding funktioniert nicht. Ich meine, das haben wir uns alle schon denken können. Aber ja, markiert mich auf Videos, die ich ehrlich für euch testen soll.